Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Max Payne Teil 3. Wir sind immer noch auf der Flucht, aber ich glaube es nähert sich dem Ende dieses Kapitels. Schauen wir mal. Oh, der darf nicht sterben. Heieiei. Sollte ich mich mal beeilen, ihn zu unterstützen? Schade, dass ich das nicht sehe, wie viel Energie der hat. Ja, ja, gerne. Let's go, Amigo. You like that? Should be a bit quieter in here. Yeah, it's nice. Yeah, ich kann sehen, warum du hier nicht verlassen kannst, Max. Es ist wirklich charmant. Isn't das? So, ich habe ein paar Freunde in Queens. Wir können da ein paar Tage bleiben. Queens. Willst du ein Job, Max? Kapitel 5, am Leben, wenn auch nicht. Das wird schön. Kapitel 5, am Leben, wenn wir nicht wissen, was wir nicht wissen können. Max. Du hörst? Max! So, wie ich gesagt habe, ich glaube, sie sind ein Gruppe der Kraschapret. Warum sagst du mir, dass sie die CS waren? Sie sind? Ich meine, Fabiana. Sie wurde von der CS-Kraschapret. Die Leute, die Kraschapret in der Stadion, waren sie ein Gruppe der Kraschapret. Sie müssen mich verabschieden, dass sie nicht möglich sein können. Sie müssen sie nicht verabschieden. Die Regierung nicht verabschieden. Sie verabschieden, dass niemand in der Stadion ist. So, warum machen sie das? Die Busser ist in der Stadion. Ja, jemand hat gesagt, dass wir da sind, mit viel Geld. Insofern, das Geld ist weg. Ich hoffe, dass wir die Frau zurückkommen. Ja, ich auch. Ich weiß, wo sie ist. Ich weiß, dass sie eine Kraschapret über eine halbe Meule vorhanden sind. Sie müssen da sein. Das ist eine Nen-Komando-Sombra-Aerau. Ich weiß, wenn ich mein Werksempferd habe, ich würde nicht hier in der Mitte, in die Nähe, schauen, eine Brücke, auf meinem Zeichen. Das ist das, was wir sagen, unschuldig. Das ist alles unser Fond. Ich bin ehrlich. Als sie die Mädchen rufen haben, bin ich halb-kut. Ich bin nicht schlapp, Mann. Ich schlapp. Ich bin ein Schlapp. Max, wir arbeiten für Privatkontakt. Wir sind alle Ex-Soldier, Ex-Special-Forces, Ex-Cops, Ex-Good-Guys. Wir haben alle unsere Reisens, warum wir die Ex geworden sind. Vielleicht können wir jetzt alles richtig machen, okay? So das war es, was es? Say die Magik-Word und be absolviert von deinen Sins. Wenn ich nur so einfach war, hätte ich es schon seit Jahren gemacht haben. Ich bin in der Vergangenheit so lange, dass ich das Jahr war. Max, du hast deine Zeit geblieben. Das ist es. Es ist da. Es ist da. Unkup die Fahrzeuge. Glide in. Keine Ahnung. Okay, wir sind mit Schalldämpfer unterwegs. Das heißt, das wird wohl eine kleine Sneak-In-Party werden. Ja, stell dich mitten in den Raum. Äh, mitten ins offene Tal. Wir haben dreimal... Können wir hier uns hocken? Hm. Ah, sehr gut. Kann ich den da oben irgendwie ausschalten von hier? Also das finde ich jetzt richtig cool, wenn das hier ein bisschen komplett mit lautlos möglich wäre. So Hitman-mäßig oder... Oh, Helikopter untersuchen. Oder so ein bisschen Spinter Cell-like. Aber sehr wahrscheinlich geht's gleich wieder übelst ab in der Action. Ich bin ein bisschen ein Gringo-kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen, ein langes Weg von Hause. Möge die Probleme, die ich nur so wusste. Als die Wälder verhörte, ich habe eine Glimpse von den Rusted-Shells von der Vergangenheit, die hier leben, in diesem schweppel-Kirchen-Kirchen-Kirchen. Und ich habe mich gefragt, ob ich die gleiche sein würde. oder was würde mit der Mädchen passieren, die ich zu schützen würde. Ein Kuss wird manchmal so gut als eine Schlüssel funktionieren. Ganz gut. Ich habe es mir natürlich nicht durchgelesen, weil ich wollte mich nicht spoilern lassen. Ich mache mir ja meistens meine eigene Meinung. Bisher würde ich sagen 0815-Shooter, der aber sehr schön ist und sehr atmosphärisch erzählt ist. Also es macht Spaß. Ich glaube wir rennen mal ein bisschen. Das scheint ja sonst nicht zu sein. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwie zu dem Helikopter noch gekonnt. So, das werde ich wohl auch schießen müssen. Anybody home? Ich hatte keine Ahnung, was vorliegt. Und so viel als ein Teil von mir lieber irgendwo anders sein würde, ich wusste, dass das, wo ich zu sein musste. Ich fühlte mich responsablich. Ich musste einfach die Situation fixen. Genau hier. So, hier scheint auch keiner zu sein. Da wollen wir mal. Hier auf jeden Fall stimmen, irgendwo von links. Ich konnte nicht verstehen, aber ich musste nicht. Schöne hübschen sind die gleiche, von hier zu Timbuktu. Der Slab von Fleisch auf dem Boot war sicherlich der Boss. Serrano, sie haben ihn genannt. Und es war so, dass unsere Beispiele korrekt waren. Fabiana war hier. Irgendwo weiter hinterher. Ich musste sie schnell und ruhig finden, wenn möglich. Die letzte Sache, die ich wollte, war eine Party mit diesen Clowns. Okay, also sollte ich mich nicht mit denen anlegen. Wo komme ich denn da irgendwie dran vorbei? Hey? Das gibt's ja wohl nicht. Ah, wieso ist denn der auf einmal gerannt? Na super, das haben jetzt alle gehört. Oh Gott. Holy crap. Okay, das machen wir nochmal. Wieso ist der auf einmal gerannt und nicht gehockt weiter? Ich wollte mich gar nicht mit denen anlegen. Ah, ich kann den noch down bringen. Äh... Zu spät geärkt. So, bring die Kiste weg und... Ja, der sieht mich direkt. Das muss glaube ich passieren. Okay, wir haben nur die... Die Kiste... ...häte ich das lautlos machen können? Ich weiß es nicht. Uh... kann ich irgendwie die taschenlampe ausmachen die irgendwie an ist wo ich mich auch hingucke sollte auch mehr mit dem slow mo arbeiten ich kann nicht ausmachen i'd seen enough to know the fabiano was at least alive if not exactly well the captors didn't look like they were quite the kind and gentle type i had to find in that room quickly Also das ist echt blöd, dass er aus der Deckung nicht in den Hock-Modus gehen kann. Okay, hier sind wir ganz schlecht gerade. Aber ja klar, dass er sich in dem Moment runter geht. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall die anderen Knarren. So, also das mit dem Laut loskrieg ich irgendwie nicht hin. Nicht zu doof zu. Okay, neue Knarre. Eine Uzi. Hm. Das sieht interessant aus. Oh, Moment mal. Moment mal. Bitte die Schalldämpferpistole wieder nehmen. Okay, das ist ja gehörig in die Hose gegangen. Eieieiei. So, das hat mich natürlich massig Pellen gekostet. So, jetzt reißt es mit laut los. Ich knall die jetzt alle ab. Wo ist der? Neue Waffe? Ja, da bin ich. Oh, mein Gott. Gerade aufgebraucht. Das hat mich jetzt drei Teile schon gekostet. Nicht gut. Halt! Ach du je, es geht irgendwie alles schief. Gar nicht gut. So, checken wir doch gerade mal ab. Komm, zeig dich. Sechs Schuss noch mal. Nicht gut. Dann machen wir uns mal eine andere Waffe. Zum Beispiel hier die. So, hier für diese engen Gänge bestimmt sehr gut geeignet. Okay, hier hätte ich neue Muni bekommen. Ich kann Walen die, auf sie bebeeciben. Ich kann mich vom Waffe. Ich kann mich auf das Reise drehen. Ich kann mich in die Hose empfehlen. Ich kann mich nicht machen. Ich kann mich nicht aufnehmen. Ich möchte nichts machen. Ich kann mich nicht machen. So, sechs Schuss. Hier ist noch einer hinter. So, ich brauche dringend Energize. Aber, keine Päldchen da, schade. Oh, Päldchen. Sehr gut. Und wir können wieder etwas Fernsehen gucken. Nice. A Dor. Qualität, A Dor? A Dor. 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 Hm. Wollen wir mal gucken, ob hier irgendwo ein paar von diesen Interfectum-Penkelern da sind. Klingen sind immer super. Mal. A Dor. 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 Hm, das wollen wir ja nicht, aber ich denke mal, dass wir die umbringen müssen da unten. Waffenwechsel geht nicht, ich muss also lautlos agieren. Drei Bewaffnete. Verstehen wir uns! Jetzt! Geht! Drei! Geht! 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 Okay, das ging doch ganz gut. So, wir tun jetzt diese Lautloswaffe mal weg. Es sei denn, die ist nochmal später wichtig und ich muss wirklich mal lautlos, aber das bringt sowieso hier nichts. Oh. Hey. Stimmt oben. Oder auch nicht Kann ich nicht einfach den Knopf dauernd drücken? Ah hier Garagentor öffnen Ich öffne die Tür zum nächsten Zirkel dieses Low-Rent-Hell